Ich kann mir vorstellen, dass wenigstens einer von euch schon mal homoerotische Erfahrungen gemacht hat. Stimmt's? Was gemacht hat? Homoerotische Erfahrungen. Wir kommen jetzt gerade vom Regen in die Traufe. Nein, natürlich. Also ganz oft. Man liegt im Bett, dann sagt jemand, ja, hier Mund auf, Zunge raus und dann wurden so ganz kleine weiße Kügelchen unter die Zunge gelegt. Das war eine homöopathische Erfahrung. Ich habe es doch nicht richtig verstanden. Homöopathische Erfahrung, homoerotische Erfahrung ist was ganz anderes. Das ist was ganz anderes, ja. Da sind die Kugeln viel größer. Ich habe das Gefühl, du ziehst das heute alles ein bisschen ins Lächerliche. Ja, wir werden. Tut mir leid. Die Kugeln viel größer. Man muss es auch sagen, wollen. Das respektiere ich so. Ich nicht. Also ich war bei der Bundeswehr, aber war nichts. Viele glauben ja, homoerotische Erfahrungen. Der G-Punkt des Mannes zum Beispiel, sagen viele, das ist was für Schwule. Aber natürlich kann es auch in heterogenen Beziehungen, man muss einfach offen sein für das Thema. Es gibt ja den schönen Schlager von Micky Krause, Finger in Po Mexiko. Und da, da legt ihr ja schon den Finger in die Wunde des Missverständnisses. Also es hat ja mit Mexiko nichts zu tun. Das ist wirklich eine Fernsehsendung hier. Das ist deine Fernsehsendung, Johann. Wir leben nur darin. Scheiße. Nee, ey. Das tut mir so leid. Das tut mir so leid.